Blitzrums Multiple Celebration Tracker aus der Iskra Line Reihe von der Firma Funke. Auf der Verpackung steht auch Augen Smoker Batterie auf Flashbangers. Zugelassen ist das Geschoss in Kategorie F3 mit einer NEM von 48,80 Gramm und hat insgesamt 205 Schuss. Eins steht jedenfalls fest, es wird viel Dreck hinterlassen. Jedoch freut mich sehr auf den Test, bis später dann. Damit ihr noch mal Bescheid wisst, so hat es mal ausgesehen. Schnell weg! Alter Vater! Boah, geil! Nein, mein Ohr ist wieder frei! Warte mal, ich hole mal.